Hades willigt ein, besteht aber darauf, dass Persephone, bevor sie geht, ein paar Granatapfelkerne isst. Das tut Persephone und dann bringt Hades sie lächelnd zu ihrer Mutter zurück. Das Wiedersehen ist voller Freude, aber irgendwann erzählt Persephone von den Granatapfelkernen und Demeter weiß, wer einmal von einer Frucht aus der Unterwelt gegessen hat, der ist auf ewig an sie gebunden.